Wusstet ihr, dass in CS letztens ein neues Update kamen? Neue Musikhits. Oh. Ja. Ja. Mit Star Trek. Sexy. Nee. Geht so, Star Trek Musikhits. Ich dachte, das wäre ein Witz gewesen. Nee, das stimmt. Wie ist Star Trek Musik? Immer wenn du MvP hast, wird es dann gezielt. Oh Gott. Und ich habe Musik aus in Counter-Strike. Das merke ich auch. Bist du alle ready? Dann hörst du nie meinen MvP-Song. Das ist einfach nie MvP, wenn ich spiele. Oh. Ich gehe wieder raus. Aber ehrlich, wir könnten auch mal wieder CSGO zocken. Erstmal machen wir das politisch. Das Kapitel müssen wir endlich abhaken. Das sehe ich auch so. Das Spiel beenden. Aber danach müssen wir nicht auch noch jede einzelne verdammte Workshop-Map durchzocken. Weil die technisch gesehen endlos sind. Irgendwann bestimmt. Irgendwann ja, aber ich will auch mal CSGO zocken. Und alleine schockt das halt überhaupt nicht. Und immer abends um elf, wenn ihr zockt. Ich muss nächsten Morgen fucking halb fünf aufstehen. Er zockt denn um elf? Wir machen das nur um Wochenende. Oder wann auch immer. Nur um Wochenende. Nur Freitag und Samstag. Genau. Ich habe abends einfach sowieso kein Skill. Abends erwachtes Skill. Ja. Da ist endlich die Nacht da. Die Nacht ist... Der Bildschirm leuchtet heller. Du siehst die Gegner besser. Nachts zu spielen ist am besten. Ja, Chris. Seid ihr ready? Ja. Ja. Ich bin bereit. Ich drücke den Haken. Du bekommst einen Zufallskarakter. Wer mag das wohl sein? Ja. Der coolste Stream. Hey, das habe ich noch nie gespielt. Ich habe auch nicht. Deswegen muss ich eigentlich das... Toll. Das wird schön, glaube ich. Also ich sage halt kurz, was drin passiert. Schmerz zu Kampagne, wir werden verrecken. Wir müssen von A nach B laufen und versuchen zu überleben. Ja. Scheiße. Ich lebe easy genug. Klingt hardcore. Ich glaube, auf Fortgeschritten ist das auch gar nicht mal so einfach. Ja, zum Glück haben wir das. Haben wir das? Joa, ich meine, wir haben Chris als Tank schlechter. Ne? Ein deutlich. Wenn er nicht schön vor den Molotow wegfeuert und mein Spiel ist abgespackt. Yeah. Komm schnell wieder rein. Nein, fuck it. So, wir können es neu starten. So, wir gehen in die Lobby. Kommt er nicht wieder rein? Die kommen auch noch rein. Wir warten jetzt. Wir warten jetzt. Ja, ja, ja. Coole Kamerafahrt. Jo. Warten wir einfach am Spawn. Können wir nicht schon gehen am Spawn? Wenn wir hierbleiben, glaube ich nicht, in der Schutzzone. Stimmt, wenn wir hier am Anfang bleiben, glaube ich, sieht nichts. Ey, ist noch Messer und Cortana. Die zweite Beste. Ich muss gerade, ich renne vor die Waffenruhe und dachte, ich hieb die Automatische auf. Ja, aber es passiert einfach nichts. Falsches Spiel mal lieber. Ja, ich wollte. Eindeutig. Ich sollte mir mal Mods zollen für das Spiel, die das grafisch ein bisschen geiler machen. Ich sollte die Workshop mit spielen. Ja, irgendwann. Sieht schon hübsch aus, so ein bisschen. Ich versuchte gerade, er legte da noch das Menü. Vorsicht! Aber das kann normal sein, dass ihr auf und zu aufgeguckt, also, toll, dass es aufstützt. Aber kurz spiebe ich auch eine Workshop-Map, eigentlich, die in den Spiel übernommen wurde. Ja. Weil sie so geil ist. Ja. Aber was, wackelt das bei euch auch so heftig? Ja. Oh. Der Lade ist grün. Ach, das ist bei mir gerade total aus. Wo denn? Wo fackelt's? Und es ist wieder abgesperrt. Okay. Ich schalte mal deinen... Deinen Anker aus. Nee. Nee, nee, nee. Doch. Nee, nee, geh auf Option. Das regeln wir jetzt. Das regeln wir jetzt. Oh Gott, ey. Das ist eines von diesen Dingern, wo man dann 50 Sachen... Weißt du, was mit der Zeit passiert, wo einfach ein fucking Spiel starten konntest und es hat gestartet. Das tut's auch. Hör jetzt zu! Nein! Doch. Ich will nicht. Doch. Gehs. Keiner hört mir zu! Jetzt, sag an. Also gehs in Grafie-Optionen bei Video und dann stellst du bei Mensch. Wo war denn das noch? Stellst du auf Kartoffel-Qualität. Zum Beispiel. Kartoffel. Aber nee, da gibt's zum Beispiel eins, das... Wir haben Zeit. Huch, jetzt bin ich ohraufkommen. Ja, solange du jetzt nicht losrollst, ist ein Bot. Ich schließe jedes Spiel mit einer Intro-Cut-Scene fürs Hauptmenü sollte gelöscht werden. Hä, das kannst du auch überspringen. Ja, ich weiß, aber das ist er überhaupt versucht. Warum? Das finde ich okay, solange man's weglegen kann. Naja, Gott. Nicht so wie bei Five-Royal. Ja, jetzt zum Beispiel auch so, Schatz. Was darf ich jetzt einstellen gehen? Versuch mal, ein paar Sachen einfach runterzuschrauben. Ich würde einfach Uncut ausstellen, das ist ja letztes Mal auch geklappt. Uncut weg und auf Kartoffel-Qualität, dann läuft's. Nee, 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 Uncut kannst du da lassen, aber halt die Kartoffel-Qualität. Oder, ist da irgendwas aktiviert mit dir bei Multicore-Rendering? Ja, ist aktiviert. Ja, mach das mal lieber aus. Das kann auch zu Abstürzen führen. Ja, ich stehe einfach alles auf niedrig, um ganz sicher zu sein. Ist das brennt dahinten? Oder was? Plötzlich sind wir abgestürzt, glaube ich. Kommt das Feuer auf uns zu? Nee, ne? Oh, doch. Ich hab nix. Nee, ich weiß es echt, das kann ich nicht. Nicht, dass wir nicht gleich alle verbreiten. Nee, das ist es nur. Probieren wir es nochmal. Wahrscheinlich weiß Giz bescheiden, der will uns hier sterben lassen. Kommt es echt dichter? Ich weiß es nicht. Nein. Nee, oder? Gruselig. Wir haben schon voll Angst. Spooky. Das ist ein Zombie, oh my god. Der ist abgeschmiert. Ganz ehrlich, ich hab auch so viel Kartoffel-Qualität gestellt, dass ich nicht mehr feierlich bin. Ja, dann ist auch on-cut. Hat ich schon. Das ist der Haken. Dein PC verbreitet. Du, ich verbreitet nicht mehr ein scheiß PC. Na, auf. Kommt das Feuer jetzt echt dichter? Warte, der Baum eben auch schon da vorne? Ja. Geht's irgendwie auch? Das schafft ihr ohne mich, ich zocke okay. Haut rein. Tschüss. Sag Bescheid, wer das Go zocken wollte, also. Nein, 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 das machen wir schon zu viel. Das ging. Wir können zu dritt spielen, das geht ja nicht. Das ziehen wir jetzt noch durch. Ja, wie? Ich sehe immer ein Bild von so einem Fluss nach dem Ladescreen und dann ist es weg. Einfach. Was steht denn da? Steht irgendwas? Ne, es ist einfach... Weg. Weg. Geht's? Ja. Was kann man da tun? Ich überleg grad. Spiel reparieren auf Steam? Das könnte auch sein. Dann geh ich mal in die Option gucken. Gewalt. Man kann das Gewaltlevel im Spiel einstellen? Ja. Ja, dann ist weniger Blut. Bei euch ja eh kein Problem in eurer Version. Oh, Mann. Wusst. So muss das aussehen. doch das wollte ich nicht Nö. Hopps. Hoppala, hoppala. Alice, was ist los? Oh, da ist ein Zombie. Er hängt mit dem Bein am Felsen. Wo denn? Ja. Seh ich nicht. Bei Baumhölzer. Bei mir ist er keiner. Okay, aber Alice hat ja auch gesehen, also 2 gegen 1. Dude, Alice ist ein Bot. Was kann Alice schon? Ja, nein, Bot. Und Wallhack. Ja, das wär schön. 2 zu 0 für ihn. Äh, hast du das Spiel schon mal neu gestartet einfach? Hast du nachdem du Uncut ausgemacht hast, das Spiel neu gestartet? Ich muss das Spiel immer neu starten, weil es fucking beendet. Achso. Ja. Das weiß ich ja nicht. Ich glaub das Feuer kommt nicht dichter. Und jetzt überprüft er grad die Spieldateien. Du bist schon bei 12%, 13%, wow. Ja, das ist ziemlich groß, das Spiel. Schön für das Spiel. Okay, das ist nicht so extrem, aber schon. Schon ne Menge. Ja. Können wir uns da hoch boosten? Nein. Ich bin gar nicht. Es geht kein Boost hier. Du gehst durch die Mitspieler durch. Nein. Doch. So. So. Egal was ich stimme, ich hab mich doch eh schon überstimmt. Du. 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 Okay, Leute. Jetzt sind alle da. Katana, ich hab' das Katana. 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 Kein CS-Messer. Vielleicht lag's auch wie ein Messer. Das muss sein. Ich renne jetzt, ihr könnt mich mal. Nein, hier Medikit. Hab' ich schon. Achso. Du musst ein Medikit. Hab' ich das Katana nehmen? Du darfst mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Und er klettert die Luft hoch. Hast du? Es ist Badmänner. Noch mehr Badmänner. Ist er wieder auf die Wand hoch, die Luft hochgekrabbelt? Ja. Ja. Scheiße. Like the Boss. Ich möchte in ihn ausgucken. So Baumhaus. Kann man irgendwie ein Side-Limper oder so? Nein. Warum? Mal ahnung. Ich gehst so was angedeutet haben mit dem Feuer, dass wir ran müssen. Ich geh mal nach oben. Ich wollte ein bisschen Druck machen. Ich hab' ich schon auf Toilette genommen. Oh, sorry. Warum rennst du mir nicht jedes Mal in meinen verdammten Schluss? Das ist... Das ist... Chris, nein, nein. Du musst ihn nehmen. So eine Hand auf mir. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und an der Treppe hat es raus. Und an der Treppe hat es raus. Rettet ihn. Jockey kommt dagegen. Oh Gott. Oh Gott. Schnell. Au. Hilfe. Au. Oh, was ist das denn hier? Oh, was ist das denn hier so? Das hab ich getan. Wir sollen schnell weiter. Jetzt hier oben nicht nach... Oh ja. Die sind Beisparschläger. Alter. Oh nein. Ich lass mich gerade runterkriegen. Was macht ihr da zu Ende? Fünf Minuten auf diese... Ich hab doch gesagt, ich werde die Kampagne. Genau deswegen. Ah, Kiss, wie viel Leben hast du noch? Hier nimm die Spritze. Oder willst du mir die... Nee, gib mir die Spritze. Was wollt ihr mit dem scheiß Kalistern? Ihr wisst, was ich damit vorhaben. Ja. Kiss, bleib stehen. Wird das noch was? Nein! Ich hab sie selbst genommen. Oh, du bist doch... Du musst volle Appeal nimmst. Ah! Was ist was bei euch? Ich hab mich verklickt. Zero braucht sein Schiff. Äh, der Rush kommt. Ja. Und was machen wir da? Der hier auf dir. Oh scheiße. Oh ja. Also oben... Oh Gott, Char-Char! 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 Mach den Weg! Mach den Weg! Mach den Weg! Mach den Weg! Warum bist du auch ganz vorne? Hey, komm schon! Aufstehen! Das kann ich mir gut vorstellen. Wollen wir zeitlich mal weiter? Irgendwo noch ein Boomer. Ja, lass mal ihn langsam weg. Jetzt bin ich schwarz-weiß. Jetzt muss ich wirklich was nehmen. Los! So. Ich weiß nicht, wo's langgehen. Einfach hier lang. Ah, die Brücke runter. Oh Gott! Brücken! Oh Gott! Du kannst da rüberspringen. Ist kein Problem. Ui! Kein Problem. Ganz ehrlich, das sieht aus wie Doom. Das ist so weit runtergestellt. Ich höre schon den Rücken frei. Ich höre noch einen Boomer. Ja, das neue Doom ist schön. Äh, das alte Doom. Das alte. Ja. Oder? Boomer? Ich hasse das auch. Dass das jetzt zwei Dooms gibt. Warum kann man's nicht einfach Doom 4 nennen? Nein! Nein! Was ist denn los mit hier? Oder du? Ah fuck! Hilfe! Erst recht, oder sowas. Ah! Spitter! Äh, ne. Smoky! Smoky mein ich ja. Sag ich ja. Ist ich im Haus drin? So, totgeprügelt. Gibt's jetzt ne Spritze für dich? Wenn du dich noch nebenfüllst. Was wo denn? Ich hab dir... Ich hab dir... Jetzt hat jemand ab... Abgezockt. Ja, muss so sein. Dieser Wien ist echt. Das sieht ja aus wie CS 1.6. Das ist CS 1.6. Ja, warte. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ich glaub da, in einem Nebenhaus gab's noch solle Waffen. Ja. Die weint sich erstmal. Ich komm mit. Hier hinten ist noch ein Haus, ne? Ja, das musst du doch verdammt. Ich dachte wir wollten hier lang. Hier ist Muni und Snipo. Uh! Ich dachte wir wollten hier lang. Nein! Doch, doch, bleib da, bleib da, bleib da, bleib da. Komm, wir kommen wieder, wir kommen wieder. Ich nicht. Wie du nicht? Ich glaub ich möchte hierbleiben. So, jetzt müssen wir da rüber. Und nicht den Baumstamm runterfallen. Pass auf, weg, 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 spring, weg, spring, weg, und weg, und spring. Smoker! Pass auf, aufpassen, der Sonne, der Sonne. Kann der hochkommen? Fall. Ja. Das war ja nur ne Frage. Wie geht der Char-Charlie beantwortet? So, jetzt über diesen Baumstamm, bevor ich da runter springe. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wie ist da, was passiert, wenn man im Rotter fällt? Musst du nochmal. Musst du ins den Puff. Ins Marokka, Hilfe! Okay, komm. Geht das nicht deine Map hier, kann das sein? Warte, noch nicht aufmachen, noch nicht aufmachen. So, alles von bis weg. Oh, Gott. Oh, Gott. Waren wir nicht in den Bock, hat er? Ja, der geht, muss jetzt aufgehen. Oh mein Gott! Und da sind ganz viele Züge. Jetzt können wir runter, los, 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 los. Runtersprung, runtersprung, Hilfe! Einfach runter, einfach runter, das Ziel, einfach runter, das Ziel. Oh, Gott. Hat jemand eine Granate? Lauf, lauf, schnell, schnell! Nein, jetzt! Alter, da hinten geht's noch weiter. Nee, geht nicht weiter, geht nicht weiter. Meine Fresse hat der Part lange dauert. Das ist, das kann man eigentlich drei Minuten schaffen, die wir... Wir haben fünfziger braucht. Fünfzehn?